Hallöchen, Hallöchen, Hallöchen. Willkommen zurück zu The Walking Dead. Wir sind natürlich durch mit der ersten Staffel. Mich huckt's an der Nase, aber wir haben noch den DLC. 400 Tage Spezial mit Schaf und Knoblauch. Und ich hab ja schon in der letzten Folge gesagt, dass das nichts mit der Hauptstory zu tun hat. Dass wir hier, wenn ich das richtig erinnere, dass wir irgendwie die Geschichte von ein paar Leuten nachspielen, die auch unter der Zombie-Apokalypse leiden, die wir aber nicht vorher getroffen haben. Oder doch vorher? Ich weiß es nicht mehr genau. Ich würd sagen, wir spielen einfach das Spezialspiel und mal schauen, was uns erwartet. Erstmal ein Ladebildschirm natürlich. Der ist formschön gestaltet. Diese Spielweise, bla bla bla. Diese Spielweise ist ein Arsch. Äh, dieses Spiel. Meine Spielweise ist kein Arsch. Telltale Games präsentiert. In Zusammenabound mit Sky... Arbeit Entertainment. Da ist was umgefallen. So, wo sind wir denn hier? Kann ich irgendwas tun? Nee. The Walking Dead. 400 Tage. 400 Tage. Wow. Oh. Das ist scheinbar 400 Tage später. Der Gasthof ist leicht überrannt von Zombies. Die Galone Sprit kostet 2,09 Dollar. Und da haben wir eine Anschlagtafel, für die sich die Zombies nicht so interessieren, aber wir. Das sind wahrscheinlich Bilder von Leuten, die gesucht werden, die vermisst werden. Von ihren Familienangehörigenaufgaben ungefähr wie nach 9-11, so ähnlich. Und wir haben hier Vince, ah, wir haben Vince, Shell, Bonnie, Russell und Wyatt. Und ich hoffe, es klappt. Ich möchte nämlich, ich glaube, die sind nicht allzu lang, die einzelnen Episoden, sozusagen, dass ich pro Folge einen Charakter durchspiele. Und ich würde sagen, wir fangen einfach oben links mit dem guten Vince an, weil es reimt sich schon auf oben links, Vince. Das ist fast schon ein Reim und was sich fast reimt, ist fast gut. Und deshalb starten wir mal mit dem guten Vince, der ganz cool aussieht, da er locker einen Becher Cola in der Hand hat. Und der erste Ladebildschirm kommt. Das geht ja gut los. Ach, da ist unser Drugstore. Oh, shit. Schnell in die Mülltonne. Aufs Dach. Noch besser. Oh, fuck. Ich habe die Indizien verworfen, genau. Ich nehme schon mal die Finger auf, WASD. Ne, ich muss doch nichts tun. Ich wollte gerade sagen, ich bin mir sicher, dass ich irgendwas tun muss. Oh. Hat uns also nichts gebracht, die Waffe wegzuwerfen. Vince. Tag zwei. Oh. Der ist Tag zwei des Ausbruchs. Komm schon, Mann. Du hast mir geholfen, wir haben eine Art 552, die ich reportage habe. Ich kann nicht mehr auf diese Scheiße hören. Drei Stunden. Ich glaube, es wird bald aufstehen. Was bin ich, der Traffiker, Mann? Sie sollten, dass ich eine Stunde vorhin war. Ich bin im Stall. Okay, hallo Gefangener. Was ist dein Problem, Mann? Was soll denn das? Was? Du weißt. Kut es raus. Jesus, ihr Leute. Ist das ein Kindergarten oder was? Hey Vince, Justin ist gonna make me. It's too hot for this shit. Vince, I'm making it hot now. You guys ever gonna quit? How else we gonna pass the time? Hey, man. How about you open a fucking window? It's a prison bus, asshole. The windows don't open. Justin, you see that guy in the beat-up truck? I bet he lives in that truck now. You probably got his whole house. Life savings. Shit. I bet you stole his dog. You steal his dog, man? I wasn't stealing from guys like that. Anyway, better than stealing his virginity. Hey, how many times I gotta tell you? Here we go. Seriously, I was falsely accused. How old was she? 15? Damn it, it ain't like that. Wir sitzen alle im selben Boot, Leute. Genau. I want to, but you know, I love her, man. What's it matter, man? You're headed to jail. Never heard of a conjugal visit? Danny, I know you don't realize this because you're you, but you probably ruined that poor girl's life, you piece of shit. Big talk from white collar back there. How many lives you wrecked, kid? Who cares? How did the hell up in here? I'm getting dehydrated. Hey, how about some water back here? Shut up back there. I ain't telling you again. Didn't you lose your shit and tell them you didn't know what you were doing? You're all such a lie. Turns out I'm good at that. You lied on the stand? See, that's the kind of shit I could never do. Religious? No, man. Watch a lot of cop shows? Nope. What then? You just didn't break. Oh, give me a break. You should have been a man about it. I can't believe I'm getting my moralistic shit kicked in by a couple of criminals. You want to know the funny thing? I don't regret any of it. I carried my victims for years. They knew what they were getting into. And now here I am, and there they are. And Wall Street assholes pulling the same scores are smiling on TV. Fuck that. How did it all work, anyway? It was like, uh... Shrice Wall Street. A pyramid scheme. Aren't those kind of... Shit? It was a really good pyramid scheme. Good shit is still shit. Fuck Wall Street. Fuck Wall Street. Fuck Wall Street. How much did you make off with, anyway? Enough. So, like, a couple hundred K? A little over a hundred. Million. God damn, boy. What? Oh, oh. When we get out of here, you, me and Vince, we gotta go into business, know what I'm saying? You know, I don't actually know a thing about you, Vince. Maybe he's a priest. Yeah, Father Vincent. Ich half meinem Bruder. Two kids. You touch a couple kids, Vince. I helped my little brother. They send you to prison for that now? He was in trouble. I had to help him out. I knew it was something stupid. You regret it, man? If you're saying what I think you are, I got respect for you, man. He didn't talk. Every day. But what are you gonna do? Yeah, I feel you. How'd they get you? Toss the gun up on a roof. And? It was a good throw. And a roofer found it the next day. Ha, ha, scheiße. You gotta be kidding me. Ah, ha, ha, ha. Bad luck, Vince. Bad luck, Vince. Ha, ha, that's not bad. What do you think, Justin? What the fuck are you gonna do about it? Fuck you. Fuck me? Ha, fuck you, motherfucker. Oh, jeez, Christ. Oh, oh. Kennt einer den Kerl? Hey, get in there, man. Anyone know this guy? Nah, man. No idea. Damn it, Crabtree. Don't make me come back there now. He's gonna kill him, Vince. Let the guard handle it, guys. Fuck that. We gotta get in there. You do not want to get in the middle of that shit, Danny. Vince, we gotta do something. You know, this ain't right. I'm not doing any more time to save some stupid ass. Where's your empathy, man? Doch, we helfen. Help him, Danny. What's that? Speak up, boy. I can't hear you. Fuck, the chain's too short. Crabtree, I'm warning you one last time, goddammit. He's gonna get in there. Get yourself in there and wake that shit up, man. Come on, boy. Get back there. Okay, asshole. Let him go. Get in between them, goddammit. He's gonna kill that boy. Schlag ihn K.O. Crabtree? Last warning. Knock him out. Oh, doch nicht so. What the fuck was that? Fuck. Oh, Jesus. What happened? What did you do, boy? Goddammit, boy. Answer me back there. That guy's still alive. Was? Get those cuffs off him, man. Ich dachte, der Kopf ist da gerade explodiert. Ach, der andere Typ liegt. Ach so. What the hell was that? He made a move on me. I don't know. I don't know. He's still breathing? He's, uh... Fucking fuck. You gotta call someone, man. What? I'm calling this in. Don't. Don't call it in yet. He might still be alive. Call a damn ambulance, man. I just need a minute. I need a minute to think. You ain't got a minute. Shut up, you hear me? Just shut your mouth. Whoa. Okay, okay. Calm down. Take it easy. I'll calm down when you quit running your fucking mouth. Everything's cool. Just... Take a breath, okay? Quit waving that thing around before you get someone else killed. Oh, you gonna get smart with me now? Vince! It's okay. Just back off. We all need to take it down a notch. You really want to pull that trigger again, son? Thanks, man. What the fuck? Oh-oh. Skid los. Did you see that? I saw it. Yeah. Hey, you gotta get us the hell out of here, man. We're not going anywhere. Fuck that. Get this bus moving. Hey, driver. Let's go, man. We're staying right here. We're safe inside the bus. Nothing's gonna... Oh, my God. Oh, my God. Fuck. Hey, you need to call someone. You hear me? We need to... Oh, my God. Oh, my God. Oh, my God. Oh, my God. What the hell, man? Back up, back up. Fuck. 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 Okay, er ist angekettet, aber wir auch. You sure about that? That ankle's gonna get. Yeah, irgendwann, ja. What are we doing, guys? Come on. We gotta do something. We're trying to think. We need to get off this bus. Okay. Okay, man. But what's the plan? Where's the guard's gun? Yeah. Yeah, the gun. Good thinking, Justin. Where the fuck is it? I think, he fell on it. It's underneath him. Oh, fuck me. Alle drei zusammen. Okay. Einmal umwälzen. Da liegt er. Get the gun, man. Get up, Vince. Hurry up. Shoot this asshole, Vince. Do it. Oh, watch it, man. Oh, man. Sorry. Sorry. Man, ich kann nicht glauben, das was. Können Sie das was? Man? Nein. Wir müssen uns einen Weg finden, um rauszukommen. Ja. Können wir die Kette, können wir die Wache mal ansehen? Man, der Mann hat sicher ein Nummer an ihm gemacht. Tora's verdammt throat. Hat der vielleicht Schlüssel oder so? Was machst du? Was machst du? Kannst du nichts tun, bis wir aus diesen verdammten Ketten kommen. Vielleicht hat er die Schlüsse an ihm. Scheinbar nicht. Scheiße. Fuck. Fuck, und da ist so ein Typ schon drin. Oh-oh. Zu spät. Da sind schon Morden. Oh, ist das ein Panzerglas? Ja. Okay. Kette, Halterung. Okay. Eine Schrotflinte? Nee. Nee. Warum machen die nicht diesen Gürtel, diese Schnalle da auf? Vince, gib mir die Gürtel. Wir müssen das tun. Zurück. Vince, was zur Höhe? Whoa, 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 whoa. Nee, wir nehmen... Hey, ich weiß, dass du ein guter Mann bist. Kann man unsere eigene, kann man, okay. Komm, komm. Ja, wir nehmen den. Ich bin sorry, Mann. Fuck you. Mach es. Hör auf. Justin ist einfach zu dir aufhören. Warum machen die nicht die Schnalle da auf? Was... Warum sind die denn blöd? Oh, Mann. Ah. Do it again. Oh, fuck. Ah. Come on, let's go. Ah. Mach doch einfach die Schnalle auf. Alter, Schalter. Ah. Fuck, Mann. Fuck, Mann. Ach, das war schon Vince. Das war Vince. Zack, weg damit. Okay, in der nächsten Folge schauen wir uns Shell an. Ich danke euch fürs Zusehen. Ich hoffe, ihr hattet viel Freude, Freunde. Und bis zum nächsten Mal bei The Walking Dead 400 Days. Macht's gut. Tschüsschen.